Moin Freunde der Geflügelsalami, herzlich willkommen zu diesem erneuten Video. Ich habe euch letzte Woche gesagt, heute gibt es ein kleines Labervideo. Und ich habe euch heute noch spontan oder heute Nacht irgendwie spontan gesagt, stellt mir nochmal ein paar Fragen auf Instagram an dieser Stelle. Ihr kriegt es nicht hin, mir vernünftige Fragen zu stellen. Ich glaube, ich lasse das mit den FAQs einfach sein. Also nicht alle, aber die meisten Fragen waren natürlich wieder kompletter Bullshit. Egal, wir gehen trotzdem mal kurz drauf ein. Wie ihr seht, ich habe jetzt übrigens auch einen Hut, damit es aussieht, als wäre ich ein Rentner, wisst ihr. Damit das ein bisschen unauffälliger alles ist. Wir setzen uns jetzt rein. Oh, scheiße. Ich hoffe, die GoPro ist jetzt wieder gerade. Wir sitzen jetzt schon wieder mit dem Motorradhelm im Auto und kriegen direkt die ganzen dummen Blicke auf uns gezogen. Alex fragt, wann quer? Ich weiß noch nicht, wann ich den hier quer haue, wenn es glatt ist vielleicht mal. Ich hoffe ja, dass gutes Wetter wird und es nicht nochmal glatt wird, damit ich endlich wieder Motorrad fahren kann. Wann kommt dein Lexus mal nach Rocket League? Walle, ich liebe dich. Damals schon bei Mazda die Frage gestellt. Ich weiß es nicht. Wir müssen denen einfach eine Mail schreiben. Thibaut, wärst du lieber ein Panda oder ein Faultier? Ich würde ganz gerne mal deinen Bart anfassen. Mikey, das darfst du gerne machen. Du darfst gerne meinen Bart anfassen. Am besten doch gleich heute. Schreibt er noch. Ja, das waren noch schon die Fragen, den Rest brauche ich gar nicht vorlesen. Das war es nämlich einfach schon wieder komplett. Wir reden heute ein bisschen darüber, wie bin ich überhaupt zu YouTube gekommen und wie komme ich auf meinen Namen und das Ganze drumherum. Fangen wir am besten einfach mal ganz vorne an. Ich hatte damals, als ich A1 gemacht habe, da hatte ich schon Bock auf Motorrad fahren. Ja, Motorrad fahren auch, aber damals, als ich A1 gemacht habe, da hatte ich halt schon mies Bock auf Vlogs drehen. Da gab es halt noch keine YouTuber. Da gab es, ich weiß eigentlich, Blackout war der einzig große YouTuber, den ich, sage ich mal, geguckt habe. Und, ähm, klar, es gab noch Alpifert, bla bla bla. Wie gesagt, Blackout war der einzige, den ich geguckt habe. Und da dachte ich mir, ey, komm, irgendwie musst du das auch machen. Aber ich war zu dem Zeitpunkt halt, ich habe gekellnert und ich war ein bisschen zu geizig dann von meinem 300 bis 400 Euro Gehalt, den ich monatlich bekommen habe, da 200 Euro für eine GoPro zu investieren, weil, äh, ging halt schwer, wenn man nicht so viel bekommen hat. Und dann ging das so weiter und das war immer eine Idee, die ich hatte, aber nie verworfen habe. Trotzdem irgendwie nie dazu gekommen bin. Irgendwann bin ich auf jemanden getroffen, beziehungsweise ich kannte ihn schon länger. Er meinte dann, der hat gestreamt und er meinte dann zu mir, ey, Digga, fang doch einfach an, es auch zu streamen. So, es macht Spaß, klar, man muss dranbleiben und sowas. Und dann fing das an, dann habe ich auf Twitch gestreamt und das ging dann so weit, ich hatte knapp 60 Follower oder so. Ich hatte durchschnittlich sieben Leute. War nicht scheiße, für den Anfang auf jeden Fall in Ordnung. Wie lange habe ich das durchgezogen? Anderthalb Monate. Dann kam der Moment, da habe ich mir dann die GoPro gekauft. Als ich mir die GoPro dann gekauft habe, habe ich mir vorgenommen, jetzt geht es ans YouTube. Jetzt geht es ans YouTube. Jetzt geht es ran an YouTube. Ja, habe dann meinen Twitch-Account soweit, sage ich mal, lahmgelegt, weil, wie ihr wisst, zeige ich mein Gesicht nicht. Sowohl hier als auch auf Instagram, bla bla bla, alle Konten, die verknüpft sind. Ja, ich zeige mein Gesicht nicht. Das ist eine andere Sache. Vielleicht rede ich da irgendwann anders mal drüber. Auf jeden Fall habe ich dann die ganzen Vorbereitungen für YouTube, sage ich mal, getroffen. Und wenn man mit YouTube anfängt, da braucht man natürlich auch einen Namen. Dann war das alles schwer und für mich war das dann, sage ich mal, wieder nur so ein Hobby-mäßig. War alles komisch, so das war letztes Jahr im Februar, wo ich dann um den Dreh mir gedacht habe, fängst du jetzt an oder nicht. Also im Februar habe ich mir die GoPro geholt, dann hatte ich richtig Bock, dann war ich richtig im Modus. Ja, dann war das Wetter aber auch scheiße. Kam alles beieinander, da habe ich irgendwie doch nicht angefangen. So, dann habe ich den Z800 Lunsie getroffen. Ja, und die ganze Truppe da, die hat mich einfach ein bisschen motiviert, sodass ich mir dann dachte, komm, Bruder, jetzt fängst du an. Und so wollte ich dann mein allererstes Video auch mit dem guten Z800 Lunsie oder Linus, ihr wisst ja mittlerweile, wie er heißt, mit ihm das erste Video drehen. Und ich war richtig im Modus, ich habe gelabert, wir sind schön Kurven gefahren. Das Problem an der ganzen Sache war, ich hatte keinen Ton. Und das zweite Video habe ich die ganze Zeit nur den Boden gefilmt. Das heißt, ich habe zwei Videos aufgenommen, die komplett für die Tonne waren. Habe dann das dritte aufgenommen. Ja, und bla bla bla, ab dann fing das an. Ich habe jetzt noch viele Videos von früher schon gelöscht, weil ich die einfach nicht mehr so nice fand. So nahm das dann alles seinen Lauf. Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal eine Runde, weil ich komme mir langsam etwas blöd vor, dass ich hier... Oh, ist das geil. Dass ich hier einfach nur so dumm rumstehe. Auf jeden Fall war das dann so, ich habe Videos aufgenommen, die waren dann aber scheiße. Dann konnte ich die leider nicht hochladen. Kam irgendwann das erste Video und dann ging das alles an, ins Rollen zu kommen. Und jetzt ist es zehn Monate her, dass ich mein erstes Video hochgeladen habe. Und wir sind jetzt bei Stand heute 123 Abonnenten. Klar, wenn man das jetzt mit den großen YouTubern vergleicht, ich stehe komplett am Anfang. Das ist mir aber scheißegal, weil das macht einfach Spaß und ich bin auch immer unheimlich dankbar für das ganze positive Feedback, was ich von euch bekomme. Weil das einen halt auch einfach unheimlich motiviert, weiterzumachen mit dem Ganzen. Ja, und jetzt kommt noch die nächste Frage. Wie bin ich eigentlich auf meinen Namen gekommen? Fuse. Für die, die es jetzt nicht wissen, die jetzt neu dazugekommen sind in den letzten Tagen. Ich habe mich vor, ich weiß nicht genau wann es war, ich glaube, einem Monat ungefähr, habe ich mich umbenannt von Fuse in Fusey. Das hat den ganz einfachen Grund, damals kamen Leute zu mir und haben gesagt, du Spaß, Alter, ich will die ganze Zeit deine Videos gucken, aber ich habe keine Ahnung, wie dein Kanal heißt. Dann denke ich mir an der Stelle, abonniere doch einfach rein. Ne, ist eine andere Sache. Ah, guck mal, da ist der Linus. Ja, sieh, jetzt mit dem Motorrad erzählen mir ein scheiß Video aufnehmen, Mann. Kamen die dann zu mir und meinten, ey, Digger, nenn deinen Kanal mal um, dass man weiß, wie man das richtig buchstabieren kann. Und ja, so habe ich sogar mit ihm drüber gesprochen, mit Linus. Meinte der zu mir, ja, jetzt hast du noch die Möglichkeit, wenn du ein bisschen größer irgendwann sein solltest, dann ist es scheiße, wenn du dich unbedingt nennst. Dann setze das Y im Namen einfach nach hinten, hört sich dein Name immer noch gleich an, sieht aber auch irgendwie cooler aus. Deswegen, jetzt bin ich Fusey, der allerechte Confucius-Meister der Verwirrung. Äh, Voicecrack, so nenne ich mich, also so steht es zumindest bei Insta bei mir in der Bio. Und ich bin eigentlich ganz glücklich drüber, also ich finde den Namen tatsächlich jetzt auch besser, als er vorher war. Deshalb will ich mich da auch nicht beschweren. Und Leute, das könnt ihr mir glauben, ich habe dieses Jahr jetzt jede Woche ein Video hochgeladen und ich will das auch durchziehen. Solange es irgendwie möglich ist, solange ich irgendwie Ideen habe, wo ich mir denke, das ist nicht komplett scheiße, das könnt ihr euch reinziehen. Ich mache pro Woche, jetzt einmal, äh, pro Woche sag ich, pro Monat gibt es einmal einen Shitpost. Mal gucken, wie lange ich das beibehalte, aber ich denke, wenn es gut ankommt, werde ich das auf jeden Fall durchziehen. Alter, den habe ich eben gesehen. Ähm, und ansonsten freue ich mich jetzt einfach darauf, sobald es wieder warm wird, es ist so viel geplant, ich habe so viele Ideen. Der Globus, die OGs wissen noch, dass ich damals mit einem scheiß Globus auf dem Motorradlenker rumgefahren bin und darüber mal ein Video machen wollte. Und es nie getan habe, der Globus, der wird auch noch zum Einsatz kommen, das verspreche ich euch. Ich weiß nicht, wann ich es mache, aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann, oh nein, jetzt kommen da schon wieder, oh nein, ich weiß nicht, wann ich es mache, aber ich werde es auf jeden Fall jetzt irgendwann durchziehen. Weil, ich bin es euch einfach schuldig, man, an die ganzen OGs, die damals geguckt haben und jetzt, äh, ja, guckt mich doch komisch an, weil ich einen Motorradhelm auf habe. Ich habe es verstanden. Aber guck mal, wir sind wieder am gleichen Spot, Leute. Aber das ist gar nicht schlimm. Ja, ich werde auf jeden Fall viele Videos, ich habe viele Ideen, viele Dinge, die wir umsetzen wollen, Roadtrips, die geplant sind. Da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu und ich hoffe, dass wir 2022 jetzt, äh, wirklich komplett abreißen können und nicht so hartstuck bleiben wie in 2021, so, dass ich dann sage, ich mache jede Woche ein Video, ich muss da jetzt nicht drauf eingehen, sonst raste ich wieder aus. Leute, mit diesen Worten würde ich mich von diesem heutigen Video verabschieden. Ich hoffe, auch wenn es ein bisschen labern war, ich weiß nicht mal, ob ich Emotes reinmache, ich denke wahrscheinlich eher weniger, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und... Cool it. Nice.